Hallo und da sind wir wieder bei Let's Play Mega Man 3 mit mir, Eddie Winkelmann und den restlichen drei Robot Masters. Und ich bin jetzt so bereit. Es gibt es doch nicht. Wieso schießt du nicht Mega Man? Schieß! Wieso schießt du nicht Mega Man? Schieß! Awww Ich war kack Awww Wie viel Leben habe ich noch? Wir haben nur Leben! Scheiße! Okay Oh mein Gott, 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 oh nein. Scheiße! Scheißentreck! ahhh Hmmmm... Ah! Jetzt wird es ganz ruhig für euch. Außer ich verliere, dann würde ich euch raten, dreht den Ton leiser. Oleg, 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 Oleg. Nein, nein, er hat geschossen. Nein, nein, nein. Nein, oh, nee. Es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Ich bin am Ende. Ich habe mich wieder verloren. Jetzt können wir das Scheiß-Devel nochmal machen. Unglaublich. Ich bin scheiße. Aber ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich hätte jetzt so gern ein Joypad. Und ein Leben. Das ist das, was ich danach haben möchte. Und das habe ich bekommen. Mit einem Leben mehr hätten wir es so geschafft. Aber glaubt ihr mir nicht. Ich war so gut am Anfang. Zu dem gehe ich. Zu dem gehe ich. Ich habe es. Hallo, acht Robotmasters. Und hallo, Snakeman. Ah. Okay. Dann gehe ich einfach mal der Reihe nach. Hallo, Hartman. 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 Jetzt muss ich nur noch finden. Auf Anhieb. Wie müsste der sein? So, die Energie ist schon aufgesammelt. Dann hole ich mir Shadowman. Gehe hier rein. Alles klar bis jetzt. Ähm. Für Magnetman, für Geminiman. Für Needleman, für Topman. Und. Und. Ja. Oh. Die nächste Runde werde ich nicht überstehen. Trotzdem versuche ich's. War es richtig? Ja, war richtig. Es war mir klar, aber Ich bleib dabei, ich werde Gemini-Man benutzen. Bei meinem Run gegen erneute acht Robotmasters. Und ich habe ihn besiegt. Das ist schön. Da waren's nur zwei und diesmal ist die Runde sehr gut. Muss ich sagen. Dann holen wir zuerst Magnet-Man, weil ich Gemini-Man hasse. Und für Gemini-Man dann noch extra Versuche benötige ungefähr. Also würde ich mal so sagen. Und das ist Das lief besser als erwartet. Und dann bringen wir das auch jetzt zu Ende. Ich habe schon seine Stage nicht gemacht. Aber erst hier Sinnloses Smaschen. Und somit haben wir es geschafft. Endgültig. Und da ist eine Tür. Ich weiß, ob die schon vorher da war. Und in dieser Oh, es gibt Leben. Es gibt ein Leben. Ähm, ähm, ähm Magnet-Man. Ich brauche dafür was anderes. Weil Magnet-Man das aufzuführen, das würde zu lange dauern. Ähm, ähm, Fail. Nicht. Nee, Gemini-Man wird Gemini-Man treff ich nicht. Und Tartman hat mir gegen den Yellow Devil schon sehr geholfen. Weil jetzt kommt Wily. Ach, apropos aufladen. Da kann ich ja noch mal zugreifen. Hier. Und hier. Was haben wir denn hier in den Kisten drin? Oh nein. Das ist ja toll. Ähm. Ich benutze einfach nochmal ein Magnet. Ah ne, wir sind ja erst mal ein Leben. Hey. Entweder meinst du, ist das Spiel gut, oder... Oh mein Gott. Pause. Na, gucken, wie lang noch. Und zu diesem epischen Moment sage ich jetzt einfach mal, ich mache einen Schnitt. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Mega Man 3 und einen sofortigen Endgegner, obwohl ich denke, es ist Wily. Ich hoffe, es ist Wily. Und, äh, ja, dann sage ich einfach mal, und... ...